Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 24 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 490 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.